Da ist einfach nur Eurostocks geöffnet und ich bin irgendwo in die Vergangenheit zurückgereist, das heißt vor acht Jahren, weil ich Ihnen einfach nochmal zeigen will, und glauben Sie mir, ich kenne den Kursverlauf von Eurostocks nicht auswendig, ich möchte Ihnen einfach nur zeigen, wie gut die technische Analyse funktioniert. Also ich suche jetzt mit Ihnen einfach ganz schnell diese Unterstützung und Widerstandsbereiche, die mache ich immerhin in diesem komischen Blau. So, wir haben dieses Tief, wir haben das Rot, da möchte ich schon die Verbindung haben zu dieser Bestätigung. Möchte diesen Unterstützung, ist diese Tiefs hier drin haben und hier habe ich meine wunderschöne Bestätigung. Möchte, das hier ist für mich sehr relevant, tief, tief, drüber, drunter, Bestätigung, wunderbar. Zack, das hoch, mit dem Bereich Bestätigung, Bestätigung. Und noch einen und auch nicht mehr. Ja, das hier, tief, tief, tief. So, und das war's. Und jetzt machen wir hier einfach nur eine Markierung rein, die nicht so aussehen sollte, sondern vielleicht so. So, nur jetzt für uns alle als Info, dass wir den Kursverlauf nur bis hierhin gesehen haben. Und jetzt scrolle ich raus und jetzt gucken wir uns an, hat uns das oder hat uns die Analyse der Vergangenheit, also hier, hätte uns das was für die Zukunft gebracht. Und das ist die Probe aufs Exempel. Wir sehen, wir haben ihn nur bis hier eben gesehen. Und ja, ich würde schon sagen, der hier, der Bereich ist relativ durch. Also hier sind wir wieder drunter, drüber. Das ist tatsächlich schwierig, auch wenn er hier sehr gut wiederum erreicht worden ist. Also das hier, aber nach dem Geplänkel, muss man ehrlich sagen, schwierig. Das war natürlich ein absoluter Volltreffer, dieser Unterstützungsbereich, den wir schon vorher haben sehen können. Nach diesem Tief ging es auch mal eben. Läppische, es wird kurz laut, eine Sekunde. Läppische 30 Prozent ging es dann ja auch hoch. Auch hier, das hat einen sehr gut schützen können vor weiteren massiven Kursverlusten bei Corona mit einer schönen Bestätigung. Also wenn man auch dem nicht mehr viel anvertraut hat, hat man wenigstens nach Durchbruch nochmal den als Widerstandsbereich sehr gut handeln können. Ebenso immer wieder hier diese Bewegung. Sehr, sehr schön, wie er sich hier dran langhangelt. Das Tief haben wir hier in dem Fall nicht. Und dann sollte man sich immer die Frage stellen, warum hat man so ein signifikantes Tief nicht? Ist ein Fehler in der Analyse drin? Was auch immer. Und ja, dieses Tief hatte ich jetzt hier in der kurzen Analyse mit den Bereichen eben nicht mit eingezeichnet. Das ist dann eben auch diese, ja, nehme ich es halt jetzt so mit rein oder habe ich dann zu viele Bereiche? In dem Fall habe ich es rausgenommen. Ich wage aber mir anzumaßen, dass wenn dieser laufende Crash eben geschehen ist, passiert ist, dass ich hier mich noch weiter hätte umgeguckt, hätte. Und dann auf jeden Fall diesen Bereich und ebenso noch dieses signifikante Tief hätte mitgenommen. Und dann hat man hier auch nochmal sehr, sehr gute Anhaltspunkte. Der Rest ist auch sehr schön handelbar, absolut. Immer wieder, Sie sehen es, Bestätigungen und so weiter. Das ist ein Ping-Pong-Spielchen, was man halt hier treiben könnte. Und das ist halt eben nur übergeordnet, was man eben halt handeln kann. Und das lässt sich noch besser auf eine Stunde- und gar auf einen Minuten-Chart runtermünzen. Und damit kommen wir dann auf eine sensationelle Performance und lässt mich wiederum zu dem Schluss zu, wer weniger als deutlich über 10% jährlich verdient im Trading, der sollte beim ETF bleiben. Das hat nichts mehr mit aktivem Trading-Gewinn zu tun.